Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei ARK auf Fjordur. Und heute, ja, wir sehen uns vor mir eine Höhle und heute das Artefakt des Immunen. So, ich befinde mich unten rechts auf der Lava Insel. Und, uch, ich wollte mein GPS. Genau, ich sehe es nicht. Da. 90,9 und 77,1. Ist recht einfach zu finden. Hier hinter mir ist die Wifern-Schlucht. Da sehen wir sie. Genau, hier ist die Wifern-Schlucht. Da haben wir so einen Lava-Strom. Und links von dem Lava-Strom geht es halt in die Höhle rein. Die Höhle ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Hier haben wir es jetzt nochmal genau 90,7 und 78. 70,4. Ja, wenn man einen starken Rex hat oder eine Wifa, dann sollte man hier durchgehen können. Es sei denn, man hat fliegenden Höhlen an. Da kann man natürlich auch schnell durchfliegen. Und so, wir müssen quasi nur dem Weg folgen. Immer dem Weg folgen, Freunde. Ganz entspannt. Und da kommen wir gleich hier vorne. Da sehen wir es auch schon zu einer Plattform. Nenne ich das mal. Hier haben wir auch einen kleinen Dumm-Beatle. Und hier auf dieser Plattform haben wir das Artefakt des Immunen. Das nehmen wir natürlich mit. Zack. Und in diesem Sinne, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.